Oh, hi! Ich hab' euch da gar nicht gesehen! Ich war einkaufen... ...und Schocko... Aber jetzt erst einmal das Intro! Let's go! Willkommen zu meinem Metal Review, Leute! Heute ist das Album... Heute ist das Album... Halt so gehen... ...Twitter... ...dran! Später blende ich da noch das Bild ein vom Cover... ...mit den Tracks... ...LCD... ...Opic... ...French... ...Alpha Centro... Hier könnt ihr sehen! Okay! Ich zeig' mal was vom Album! Ich zeig' euch mal ganz genau was ich davon halte! Also es ist super! Es ist toll! Es ist genial! Aber es ist auch cool! Es hat ein abwechslungsreiches Sammeln... ...und darauf will ich euch hinweisen, okay? Kauft euch das Album auf Amazon... ...und äh... ...nicht downloaden! Nicht downloaden! Ich muss jetzt noch das Video ändern... ...und schneiden... ...und machen! Es kostet viel Zeit! Ich bin schwer beschäftigt! Ich mache mindestens 15 Videos pro Tag!